Ich brauche hier einen Spiegel und eine Steckdose zusammen. Ich bin YouTube-Meister. Ich habe sie alle gefangen. Meister! Meister! Wow, hallo, ich mache einen neuen Vlog! Ich habe keine Fusselbürste mit. Und ich habe meine... was? Ich habe keine Fusselbürste. Ich besitze sowas gar nicht. Ich habe eine. Ja? Aber guck mal, es ist fusselig. Wir sind hier in Berlin in einer fremden Wohnung. Und ich bin heute 8,5 Stunden hergefahren, weil so viel Stau war. Aber still better than Deutsche Bahn. Und... Dann reizte ich die Klappe zu. Ja, und der Knichel und ich, wir sind schon fleißig am üben. Gar nicht! 1, 2... Ich schalte YouTube ein und sie sind alle da. Ich ziehe jeden rein, ich kenne die Gefahr. Tomatelix, Applewar. Jan und Jan hat auch zu allem wissen. Sie take many a cube. Das ist der TV-Top. Reading Unicorns. Showmuffel. Robbie Motz. Kurz gesagt, Sarazza. Daumen hoch und like'n abonniere. YouTuber! Wow, guten Morgen. Es ist der Tag des XSL Tuber Days. Und wir wollen jetzt dorthin fahren. Wir sind spät dran, denn die kleine Tanne... Ich meine, wir haben alle ein bisschen zu lange gebraucht. Master Gnichel, starten Sie die Maschine. Aktiviert! Master Tanne, heizen Sie das Ofen ein. Weeeeee! Weeeeee! Was? Top ein Wort, oder? Auch choreografisch. Schwach! ... ... ... ... u ... Twin TV, Space Rock, Shortcut, Shorty, Daystack Daumen hoch und Like und Abonnier Like und Abonnier, YouTube Daumen hoch und Like und Abonnier Like und Abonnier, YouTube Daumen hoch und Like und Abonnier Like und Abonnier, YouTuber Dankeschön! Berlin, ihr magt! Warte, warte Ich hab so ganz, ganz altmodische Eltern Und wenn ich denen sage, ich mache YouTube Dann wissen die gar nicht, was ich darunter vorstellen soll Und deshalb möchte ich mal ganz kurz was aufnehmen Mama, Papa, das ist der XSFU-Moday Deine Scheiße! Dankeschön! Dankeschön, machs gut! Auf die Zehenspitzen Oh! Super, und jetzt einmal alle in der Mitte Gefühle, ich dank euch Verlink meinen Scheißkanal Ich verstehe nicht, warum das keinem früher eingefallen ist Ihr kennt ja die chinesischen Glückspilze Glückspilze Hättet ihr die chinesischen Glückspilze? Ja, die kenn ich Ja, die kenn ich Wir haben jetzt hier Pechkekse Und... Ja, dann fang mal an Total Schatten, Prost! Bei deinem Karma-Konto musst du im vorigen Leben aber richtig Scheiße gebaut haben Wenn ich dir einen Cent für deinen Gedanken gegeben hätte, wirst du mir noch Wechselgeld schulden Zerschlage morgen einen Spiegel, sieben Jahre Pech wären eine echte Verbesserung Scheiße Ich würd die aufmachen und dann steht da einfach du Hurensohn Lass doch das weg an! Michael, jetzt ist auch Programmstundenzeit! Wir sind so begeistert, dass wir uns da einen eigenen Tisch geholt haben! Bei dir von allen Leuten waren wir die einzigen, die vergessen wurden! Wir haben die geilsten! Die geilsten Tisch! Voll echt! Wir haben uns sogar hier selbst eingefragt! So geil ist das! Ich drehe gerade mit der Lisa, sie hat mir gerade gesagt, das ist der einzige Film, von dem sie keine Unterschrift wollte! Aber das ist okay, sie hat gesagt, sie wird meinen scheiß Kanal abonnieren! Und wer nicht? Wir haben jetzt den Beweis! Jetzt guckt sie gar nicht hin! Bist du bekloppt und nicht bläm-bläm? Dann abonniere... Mastercam! Genau! Cool, like meinen scheiß Kanal! Oh mein Gott! Ich schaue sie!